In diesem Video wird vorgestellt, wie die Methode Gruppenpuzzle technisch umgesetzt werden kann. Um ein umfangreiches Thema in kurzer Zeit arbeitsteilig zu erschließen, ermöglicht das webbasierte Whiteboard Flinker den Lernenden gemeinsam an einer digitalen Tafel unterschiedliche Aspekte des Themas zu strukturieren und den anderen Lernenden zu präsentieren. Individuelle Benutzerkonten sind für die Nutzung des Whiteboards nicht erforderlich. Schülerinnen und Schüler können durch einen vorgeteilten Link mit einem beliebigen digitalen Endgerät bzw. Betriebssystem Zugang zur digitalen Tafel erhalten und in Echtzeit miteinander kollaborieren. Nachdem die Lernenden im ersten Schritt in ihren Stammgruppen unterschiedliche Themenbausteine untereinander aufgeteilt haben, finden sie sich in Expertengruppen zusammen, wo sie im zweiten Schritt der individuellen Einzel-Erarbeitungsphase auf ihrem digitalen Endgerät einen Text lesen, eine Klärvideo anschauen oder zu einem bestimmten Themenbereich im Internet recherchieren. Anschließend gleichen sie in der kooperativen Erarbeitungsphase innerhalb der Expertengruppen ihr Wissen ab und einigen sich auf die in den Stammgruppen zu vermittelnden Inhalte. Konkret beinhaltet der Arbeitsauftrag die Erstellung einer digitalen Präsentation, welche dann für die Wissensvermittlung in den Stammgruppen genutzt werden kann. Hierzu erhält jede Expertengruppe von der Lehrkraft Zugang zu ihrem individuell vorbereiteten Whiteboard auf Flinga. Im Vorfeld erstellt die Lehrkraft im Bereich Tools eine der Expertenthemen entsprechende Anzahl an Whiteboards durch Auswahl des Buttons Create a Session direkt unter Flinga Whiteboard und vergibt für das Board einen Titel, der den jeweiligen Schwerpunkt der Expertengruppe beschreibt. In unserem Beispiel beschäftigt sich Gruppe 1 mit der Kommunikationspolitik, die einen der vier Bausteine des Marketingmix darstellt. Flinga überzeugt durch ein einfaches Design und eine überschaubare Auswahl an Formatoptionen, so dass sich auch ungeübte Anwender schnell zurechtfinden werden. Jeglicher Text wird ausschließlich am oberen Bildschirmrand im Feld Message eingegeben und durch Auswahl des Feldes Send oder Drücken der Enter-Taste auf einer Tastatur abgeschickt. Die digitale Tafel kann unten rechts im Fenster durch Auswahl des Plus- bzw. Minus-Symbols sowie entsprechender Gesten an einer Maus- oder einem Touch-Display vergrößert bzw. verkleinert werden. Das Feld mit den zwei gekreuzten Pfeilen passt die Ansicht an, so dass alle vorhandenen Inhalte der digitalen Tafel sichtbar werden. Selbst eingegebener Text und damit verbundene Formatoptionen können durch eine Auswahl des Textes bzw. des Objekts auch nach der Eingabe verändert werden. Eingegebener Text und Textfelder können in ihrer Größe nicht stufenlos variiert werden. Anwender sind an vorgegebene Größen gebunden und können Zeilenumbrüche entweder durch das Eingaben der Leertaste oder eines Bindestriches erstellen. Eine Bearbeitung eines bereits erstellten Objekts wird durch Auswahl des Feldes Edit, Drücken der Enter-Taste oder Berühren des Whiteboards neben dem Objekt beendet. Unterschiedliche Objekte oder Formen, in denen der Text dargestellt wird, definiert man im Auswahlfenster am oberen Bildschirmrand direkt links vor dem Feld zur Texteingabe. Anwender können aus einem Dropdown-Menü bestimmen, ob der Text eingebettet in einem Quadrat, Kreis, einer Person oder freistehend in absteigender Größe als Überschrift, Untertitel oder normaler Text dargestellt werden soll. Unterschiedliche Farben können im Feld links vor der Objektauswahl bestimmt werden. Die Lehrkraft kann als Initiator des Boards einzelne Objekte durch Auswahl des Schloss-Symbols sperren und vor Veränderungen durch andere Teilnehmer schützen. Diese alleinige nicht übertragbare Berechtigung besitzt ausschließlich die Person, die das Board erstellt hat. Objekte auf der digitalen Tafel können ausschließlich durch Auswahl des Papierkommensymbols gelöscht werden. Dieser Vorgang kann lediglich innerhalb eines kurzen Zeitraums durch Auswahl des unten auftauchenden Feldes Undo rückgängig gemacht werden. Somit ist Flinger insbesondere für Lernende mit wenig Vorerfahrung sehr übersichtlich und intuitiv anwendbar. Flinger erlaubt zudem das Importieren von Bildern. Um Bilder zu importieren, wählt man am oberen rechten Bildschirmrand das Feld mit dem Kamerasymbol aus, gefolgt von der gewünschten Datei. Sobald das Bild ausgewählt wurde, erhält man die Möglichkeit, im Menü der Formatoptionen auszuwählen, ob das Bild als Quadrat, Kreis oder in der Originalform dargestellt werden soll. Mit Hilfe des Punktes am rechten unteren Rand des Bildes lässt sich die Größe variieren. Das Bild kann mit einer gedrückten linken Maustaste beziehungsweise Finger bei einem Touchscreen ebenfalls frei auf der digitalen Tafel positioniert werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Anmerkungen mit einem digitalen Eingabestift vorzunehmen. Durch Auswahl des Stiftsymbols am unteren linken Bildschirmrand kann diese Option aktiviert werden. Strichstärke und Farbe können im aufklappenden Menü bestimmt werden. Die Stifteingabe wird durch erneute Auswahl der Stiftsymbols beendet. Flinger ermöglicht das Erstellen variabler Verbindungen zwischen einzelnen Objekten, indem ein Objekt über ein anderes bewegt wird, bis die Nachricht Link Created erscheint. Durch Klicken auf die Verbindung kann aus verschiedenen Kombinationen mit oder ohne Pfeilen ausgewählt werden. Verbindungen können wieder gelöscht werden, indem man eines der verbundenen Objekte und das rote Symbol darüber auswählt. Für die Expertengruppen bereitet die Lehrkraft eine leere digitale Tafel vor. Durch Auswahl der drei Striche am linken oberen Bildschirmrand öffnet sich links eine Seitenleiste, die neben dem Namen der digitalen Tafel drei unterschiedliche Zugangsarten bietet. Lernende können auf der Startseite unter dem Punkt Join einen Zugangscode eingeben. Lehrkräfte können den Zugangslink kopieren und mit der Lerngruppe teilen oder den generierten QR-Code teilen, der von der Kamera eines Endgerätes gescannt werden kann und die Lernenden ebenfalls direkt zur digitalen Tafel führt. Unter dem QR-Code lässt sich der Vollbildmodus der Tafel aktivieren bzw. deaktivieren. Unterschiedliche Möglichkeiten der Zugangsberechtigung der Lernenden können unter Session Rules bestimmt werden. Hier kann die Lehrkraft bestimmen, ob Lernende uneingeschränkte Bearbeitungsrechte besitzen, alle durch die Gruppe erstellten Objekte bearbeiten können, jede Person nur selbst erstellte Objekte bearbeiten kann oder Lernende gar keine Bearbeitungsrechte besitzen. Durch Auswahl des Feldes Create a Copy kann eine digitale Tafel kopiert werden. In den Session Settings kann die Lehrkraft bestimmen, welche Formatoptionen und Farben die Lernenden angeboten bekommen. Sämtliche Inhalte einer digitalen Tafel werden durch Auswahl des Feldes Delete Messages gelöscht. Das Feld Export Session ermöglicht den Download aller eingegebenen Wörter und Phrasen in Form einer Excel-Datei, um beispielsweise Inhalte eines Brainstormings im Unterrichtsverlauf aufgreifen und weiterverarbeiten zu können. Die digitale Tafel wird durch Auswahl des Feldes Leave Session geschlossen. Eine Übersicht über alle erstellten digitalen Tafeln erhält man in der oberen Menüleiste im Bereich Sessions. Flinker ermöglicht den Anwendern, fünf digitale Tafeln parallel zu erstellen. Für unser Beispiel benötigen wir vier Tafeln für vier Expertengruppen, um die Bausteine des Marketing-Mix darzustellen. Nachdem die Expertengruppen die Zugangslinks zu ihren digitalen Tafeln erhalten haben, können sie mit unterschiedlichen digitalen Endgeräten gemeinsam in Echtzeit Veränderungen vornehmen und sich auf die zu vermittelnden Inhalte einigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um die Ergebnisse in der Phase der Wissensvermittlung in den Stammgruppen zu präsentieren, werden die Links zu allen digitalen Tafeln der gesamten Lehrgruppe zugänglich gemacht. An dieser Stelle ist es empfehlenswert, dass die Lehrkraft die Bearbeitung der Tafeln vorher einschränkt, um möglicherweise ungewollte Veränderungen während der Präsentationsphase zu verhindern und zu gewährleisten, dass alle Experten auf die vorher erstellten Informationen zugreifen können. Alternativ können für die Wissensvermittlung in den Stammgruppen Screenshots der digitalen Tafeln erstellt und mit der gesamten Lehrgruppe geteilt werden.